hallo liebe freunde und ein herzliches willkommen zum nächsten handboxing jahr und zwar habe ich von dem lieben daniel bzw gamer deluxe wieder ein päckchen zugesendet bekommen laut der größe und des gewichtes und ja laut gefühl kann ich mir schon denken was da drin ist es wird sicherlich wieder ein spiel sein verrückter kerl merkt man anscheinend so dann schauen wir einfach mal rein ich habe es vorher schon geöffnet aber noch nicht reingeschaut bin echt gespannt was da drin ist das training hat dann mit zugesendet daniel meiner mensch vielen dank man vielen dank aber ich nicht sein müssen das spiel ist doch jetzt teuer wir gucken es uns mal einfach mal an ich glaube das werden natürlich auch mal stream sicherlich ok gut ich darf autofokus ist ja nicht scheiße ja ich danke dir daniel ich danke dir echt von herzen mensch das hätte ich nicht machen müssen also leute wenn ihr wollt dass das gestreamt wird schreibt das auf jeden fall unter den in den kommentaren ich würde mich auf jeden fall freuen ein paar kommentare zu lesen und so würde ich sagen sehen uns beim nächsten mal wieder bis dann tschau